Oh, das war ein Stein oder so von oben Was war das? Ach du Scheiße War das ein Stein oder so von oben runter? Das ist auch manchmal so lucky, das ist so lucky So ein unfassbares Glück, dass das Ding auf dem Schädel landet Das hat sofort Feierabend, was auch immer das war Sieht auf jeden Fall schwer aus Das Ding auf ihm landet, ist ein Feierabend So krass Muss man auch überlegen, wer so, keine Ahnung 30 cm wird davor gefahren Hätte er hier vorne gechillt Hätte er hier vorne gechillt einfach Wäre es einfach over gewesen Oh, okay, krass Oh, der Geist Oh nein, ein Auto Oh ne Fährt doch einfach einen Berg runter Auf der Straße So einer Kreuzung Weiß ich nicht Oh Mann, das Ding ist doch weg hier oben Was soll das? Moin Digga Digga, die Fall Kann das nicht Digga 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 Stört Steigt er gut zu gehen Scheint er gut zu gehen Digga Scheint er gut zu gehen Alles gut Bleiben wir einfach stehen Bleiben wir einfach stehen Statt mal vorzufahren aber stehe das war aber guck alles gut oder alles gut die bleiben einfach stehen jetzt ihm gut hoffentlich ja aufstehen bestimmt okay aber auch schlimmer laufen können krank was geht ihr durch den kopf wenn da so ein auto auf die zufährt oder zugeschlitter kommt für mehr reicht es auch nicht mehr erst mal richtigen schock fürs leben die hand drin wenn der das schnappt so gut ausgewichen was ist das denn was ist das ach du scheiße das kann ich nicht ach du scheiße da die ruhe zu bewahren da die ruhe zu bewahren ich würde sofort loslassen glaube ich das wird mir passieren wenn ich sowas einmal machen würde wenn ich sowas einmal machen würde würde es mir sofort passieren beim ersten mal oh das geht halt auch rapide runter oh mein gott du fließt doch wahrscheinlich komplett zu der orientierungssinn wenn du dich so schnell drehst der redet aber auch gar nicht der redet gar nicht der redet gar nicht oh er hat es gesaved oder hat er ficken gesagt was scheiße soll der redet ja einfach wegen schreien ich würde schreien oh ach das war süß aus anderen sicht glaube ich oder ja äh aus anderen sicht oder fixen sagte einfach es an guckt euch das an hängt dein leben einfach wirklich am seiden den faden das ist echt verrückt das ist sehr verrückt sehr sehr verrückt sehr wild sehr verwirrtet was war das was war das gut er chillte einfach so Eis ich dachte auch Eis aber ja Eis wahrscheinlich ne wahrscheinlich Eis aber Digger oh mein Gott Bruder er ist mit der kettensegel in der Hand Dicker ach du scheiße das hab ich gar nicht lustig das ist nicht lustig aber da ist es nämlich ein ganz herr wackeln Du musst halt entdecken dass denn der fucke Motörsägel in der Hand hat ne Bruder so lucky Ich weiß gar nicht, bleibt die permanent an? Wahrscheinlich schon, also wenn die einmal läuft, dann war nicht, ach so, okay. Danke euch. Oh. Boah, Digger. Zwei sehr wilde Videos. Zwei sehr wilde Videos. Oh, war noch was hier? Wir können jetzt noch weiter. Wollen wir eben? Oh. Oh, das ist echt verwirrtet, Digger. Das ist echt verwirrtet. Das ist echt verwirrtet.